Lars, du hast jetzt 374 Millionen Euro in den Verein gepumpt. Mhm, mhm. Und, naja, der Erfolg ist bislang ausgeblieben. Mhm, mhm. Und wir dachten uns jetzt, keine Ahnung, vielleicht kannst du noch mal etwas Geld nachlegen. Mhm, mhm. Kannst du auch noch was anderes sagen? Mhm, mhm. Gut, okay, du bist keine Hilfe. Pal, was meinst du? Ja, ich denke, die Mannschaft braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Klar, klar, verständlich. Keine Sorge, du bist eine Härtelegende. Wir geben dir diese Zeit. Gut, gut, denn dieses Jahr wird's ein Kampf um den Klassenerhalt. Bitte? Keine Meisterschaft dieses Jahr? Was? Nein, die wird's noch länger nicht geben. Alles klar, du bist gefeuert. Bitte, was? Gefeuert? Du nix mehr, Trainer Kowski, Pal. Kapisch? Super, jetzt steht hier ohne Trainer da, Hertha. Ohne Trainer? Nee, nee, die Top-Trainer stehen bei uns Schlange. Ach ja? Klar, wir könnten sie alle kriegen. Aha, und wer wird's? Sie dann? Favre? Besser. Besser? Taifun Korkut. Taifun Korkut. Taifun Korkut. Ja, ganz genau. Der kennt die Bundesliga. Ja, Halleluja. Das wird ja dann nächstes Jahr eine richtig spannende zweite Liga. Wieso? Was haben denn Hertha und Taifun Korkut bitte mit der zweiten Bundesliga zu tun? Das ist ein Scherz, Hertha, oder? Nö. Wieso? Ach, Hertha. Das werdet ihr noch bald genug verstehen. Keine Sorge. Ja, hertha. Ja, hertha. Ja. 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 Ja.